In diesem Video werde ich wichtige Hinweise und Tipps für Teil 1, also der Teil ohne Hilfsmittel, der Abiturprüfung 2020 für berufliche Gymnasien in Baden-Württemberg zusammenfassen. Bevor wir die einzelnen Themengebiete genauer anschauen werden, will ich euch ein paar kurze Hinweise geben. Diejenigen von euch, die sich beim Üben bereits mit älterer Abiturprüfung beschäftigt haben, ist wahrscheinlich schon ein gewisser wiederholbarer Muster aufgefallen. Und tatsächlich, es ist möglich, anhand der Haupt- und Nachttermine der letzten Jahre ein gewisser Muster zu erkennen und diesen Muster will ich hier ein bisschen verdeutlichen. In diesem Zusammenhang gibt es natürlich auch einige Formeln und Sachverhalte, die man auswendig lernen muss. Außerdem findet ihr im Abspann dieses Videos auch Hinweise für den Wahlteil, also der Teil mit Hilfsmitteln, für die Bereiche Analysis, Stochastik, Vektorgehometrie oder Matrizenrechnung, sowie Playlists mit Tutorials zu verschiedenen Abitemen, die hier angesprochen werden. Erster und natürlich auch umfangreichster Abschnitt an dieser Stelle ist Analysis. Fangen wir zuerst mit Grundlängen der Sachen an. Natürlich zu dieser Grundlage gehören auch die Ableitungsregeln. Neben den Standardsachen wie Potenz-, Faktor- und Summenregeln sind natürlich auch die Kettenregeln von großer Bedeutung, die ich auch hier abgebildet habe, oder die Produktregeln. Diese Regeln werden natürlich teils benutzt, um besondere Punkte vom Schaubilder oder Funktionen zu bestimmen, wie Extrempunkte, also Hoch- und Tiefpunkte und Wendepunkte. Aber auch die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen sind nicht zu vernachlässigen. Als kleiner Hinweis an dieser Stelle. Natürlich müsst ihr für die Bestimmung vom Extrem- und Wendepunkte die notwendige und hinreichende Bedingungen für die Existenz dieser Punkte kennen. Und manchmal geht die Sache auch ein bisschen tiefer, wenn diese beispielsweise hinreichenden Bedingungen versagen, dann müsst ihr euch auch ein bisschen an das Vorzeichenwechsel erinnern. Als eigenständige Teilaufgabe, aber auch im Zusammenhang mit weiterführender Aufgaben, musst ihr natürlich immer in der Lage sein, Gleichungen zu lösen. Dabei müsst ihr euch nur an die wichtigsten Lösungsansätze erinnern, wie Satz vom Nullprodukt, Substitution oder ABC-Formel, auch die sogenannte Mieternachsformel. Natürlich ist es wichtig, bei Exponentialgleichungen auf den Wertebereich zu achten. Das bedeutet, die E-Funktion kann nie negativ oder null sein. Und bei den trigonometrischen Gleichungen ist es natürlich sehr wichtig, dass ihr die Schaubilder der Standardfunktionen Sinus und Cosinus für eine Periode auswendig kennt. Sonst könnt ihr am Ende die Gleichungen nicht auswerten. Ein weiteres Thema, was noch auftauchen könnte, sind natürlich die Gleichungen von Tangent und Normalen aufzustellen. Zur Erinnerung habe ich hier nochmal kurz die Tangente und die normalen Gleichungen eingeblendet. Ein weiterer wichtiger Abschnitt ist der Umgang mit Stammfunktionen Integrale. Hier müsst ihr euch neben den Standardregeln auch unbedingt die lineare Substitution anschauen. Zur Erinnerung, dass es die Regel, mit der man verkehrte Funktionen aufleitet oder integriert. Dabei unterscheiden wir mehrere Typen von Aufgaben und Stellungen. Das sind Aufgaben, die einfach irgendeine Stammfunktion verlangen. Da interessiert uns natürlich nicht die Konstante C. Oder es gibt auch Aufgaben, wo eine bestimmte Stammfunktion verlangen wird. Da geht es darum, mit Hilfe einer Randbedienung unbedingt einen passenden Wert für C zu bestimmen. Außerdem, das Lösen oder Bestimmen eines Integrals sowie Flächenberechnung mit Hilfe der Integrale ist von Bedeutung. Zur Erinnerung, dazu braucht ihr natürlich den Hauptsatz. Und im Zusammenhang mit Auflösen und Zusammenfassen sind natürlich auch besondere Werte beim Umgang mit der E-Funktion zu kennen. Ich habe hier ein paar angedeutet. Eine Regel und zwei besondere Werte für den Logarithmus. Und natürlich das gleiche gilt auch für Sinus und Cosinus. Man muss wieder die Schaubilder auswendig kennen, um die Terme am Ende zusammenfassen zu können. Wenn ihr dachtet, dass es langsam so reicht, naja, ein Abschnitt habe ich hier noch für euch. Und zwar, es geht um die Eigenschaften von Funktionen. In erster Reihe hinsichtlich der Ableitung und Stammfunktionen. Also das bedeutet, grafisches Ableiten oder Differenzieren ist von Bedeutung. Grafisches Aufleiten oder die Bedeutung von Integralfunktionen. Sowie Monotonie und Krümmungsverhalten. Ihr kennt ja alle diese Aufgaben, wo man sagen muss, ob Aussagen falsch oder wahr sind, beziehungsweise dafür eine Begründung liefern muss. Das geht alles in der Kategorie hier rein. Aber auch die Grundeigenschaften von Funktionen oder Schaubildern sind natürlich von großer Bedeutung. Damit meine ich Verschiebung, Streckung, Spiegelung, Verhalten gegen Plus und Minus und Endlich. Und das alles bezogen natürlich auf die E-Funktion oder trigonometrische Funktionen. Unser nächster Abschnitt ist Stochastik und das ist ja ausnahmsweise ein kurzer Abschnitt. Zu den grundlegenden Sachen zählen hier Aufgaben in Zusammenhang mit Baumdiagrammen. Dabei ist wichtig zu beachten, Ziehung mit und ohne zurücklegen. Sowie das Gegenereignis, was sehr oft ein sehr nützliches Mittel sein kann, um Rechnung abzukürzen. Außerdem ist schon mal vorgekommen, dass auch der Umgang mit einer Vielfalt der Tafel vorteilhaft sein kann. Als Hauptthema im Rahmen der Binomialverteilung zählen natürlich die Bernoulli-Experimente. Hier ist es wichtig, den Umgang mit der Formel sowie mit den Binomialkoeffizienten zu beherrschen. Zur Erinnerung, hier habt ihr nochmal die Bernoulli-Formel und die Formel, mit dem man Binomialkoeffizienten ausrechnet. Außerdem ist das Ablesen und Interpretieren von Histogramme manchmal auch wichtig. Zur Erinnerung, Histogramme sind diese Balkendiagramme, die man Binomialverteilung darstellen kann. Sowie der Erwartungswert der Binomialverteilung. Auch hier die einfache Formel, µ ist gleich n mal p. Dieser Erwartungswert kann natürlich auch im Zusammenhang mit Glücksspielen auftauchen. Zur Erinnerung, hier hieß die Formel, Erwartungswert ist Gewinn mal Wahrscheinlichkeit. Und hier geht es vor allem darum, faire Spiele zu interpretieren. Das bedeutet, mit Einsatz, Auszahlung und Wahrscheinlichkeitsanpassung umzugehen. In unserem nächsten Abschnitt geht es um Vektorgeometrie. Diejenigen von euch, die Matrizenrechnung als Wahlgebiet haben, können gerne diesen Teil überspringen. Hier ist wichtig, dass sie in der Lage sein, mit Hilfe des Chaosverfahrens lineare Gleichsysteme in erster Reihe zu lösen. Das bedeutet, ihr könnt entweder ein eindeutig lösbares LGS erwischen oder ein mehrdeutig lösbares LGS. Bei mehrdeutigen, zur Erinnerung, muss man Parameter für die Xer einfügen. Dann geht es los mit der echten Vektorgeometrie. Und zwar in erster Reihe Aufgaben im Zusammenhang mit Lagebeziehungen. Das bedeutet, die gegenseitige Lage von Geraden, Geraden und Ebenen oder von Ebenen interpretieren. Dann die Darstellung und besondere Lage von Ebenen und Geraden im Koordinatensystem. Und was am Rande auch noch auftauchen kann, sind Aufgaben im Zusammenhang mit Abstandsproblemen. Es gibt zwei große Abstandsprobleme, die ihr beherrschen müsst. Abstand.Ebene. Zum Beispiel löst man mit der hessischen Normalform und Abstand.Gerade, was üblicherweise bei beruflichen Gymnasien mit dem Orthogonalitätsverfahren zu lösen ist. Aber es gibt auch noch andere Verfahren, die man natürlich anwenden darf. Bezogen auf Ebenen, was wir auch vorher angesprochen haben, ist es natürlich von großer Bedeutung, dass ihr die drei Ebenengleichung kennt. Parameter, Normal- und Koordinatengleichung. Beziehungsweise auch in der Lage seid, von der einen in die andere Form umzuformen. Beispielsweise mit Hilfe des Vektor- oder Kreuzprodukts. Außerdem sind auch die Grundlagen von Vektoren nicht zu vernachlässigen. In erster Reihe müsst ihr immer in der Lage sein, die Länge eines Vektors zu bestimmen. Skalar- und Vektorprodukt müssen bekannt sein. Linearkombinationen aufstellen und Mittelpunkt bestimmen. Sowie Flächenberechnung von Parallelogramme oder Dreiecke mit Hilfe des Vektor- oder Kreuzprodukts. Unser letzter Wahlgebiet ist natürlich die Matrizenrechnung und hier gibt es eigentlich nicht so viel zu erzählen. Hier müsst ihr in erster Reihe in der Lage sein, mit Hilfe des Gauss-Verfahrens ein lineares Gleissystem zu lösen. Dabei kann es passieren, dass das LGS eindeutig lösbar ist oder mehrdeutig lösbar. Zur Erinnerung, bei mehrdeutig lösbaren linearen Gleissystemen muss man für eine der X irgendwann mal einen Parameter einfügen. Außerdem zählt wirklich der Umgang mit Matrizen. Damit meine ich die Multiplikation von Matrizen und ihre Eigenschaften, also wann man multiplizieren darf und wann nicht. Oder die Reihenfolge beim Multiplizieren spielt eine wichtige Rolle. Außerdem die Inverse einer Matrix zu bilden oder Matrizengleichungen zu lösen oder umzustellen. Wieder der Umgang mit der Einheitsmatrix E und der Inverse ist hier meistens gefragt. Überraschenderweise ist es schon vorgekommen, dass auch zyklische Prozesse eine Rolle spielen. Das sind diese wiederholbare Vorgänge, die normalerweise nur im Wahlbereich auftauchen. Auf einfache Weise ist auch hier mal eine Aufgabe aufgetaucht. Ich hoffe, dass euch diese Zusammenfassung eine Übersicht über den Leerstoff vermitteln konnte und wünsche euch natürlich viel Erfolg. also mit der Umgang mit der Umgang mit der Umgang zu lösen. Ich bin nur im Wahlbereich auf der Umgang. Aber dann sind wir hier unten in der Umgang mit der Umgang mit der Umgang.